So kann es weitergehen. 1500. Was, 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 was? Da ist so ein Aussichtspunkt. Vielleicht wäre es mal ganz gut, wenn wir mal ein paar Steckbeife finden würden. Ja, da soll es weitergehen. Genau hier. Wunderbar. Okay. Halt doch die Klappe. Wie ist das denn da? Ach, Schneider, okay. Wieso finde ich hier keine Steckbriefe? Was ist das denn da? Sovisch! Okay, ich muss, glaube ich, raus hier. Oh oh. Tee? Hä? Was ist das? Was ist das? Äh, und nun? Wie geil ist das denn bitte? Okay. Animus Erinnerungsnotizen. Zwei Jahre sind vergangen seit Everline den Gouverneur, die Arbide aus dem Weg geräumt hat. In der Zeit stieß sie auf keine Spur von de Ferrer, doch seine Machenschaften sind weiterhin eine Bedrohung für die Bevölkerung von Neuer Leeds. Jut. Jut. Meine Schülerin, das Vespennest wächst. Ich ziehe mich zurück zum Beobachten und Planen. Ich brauche deine Mithilfe. Nutze deine Fähigkeiten, um mir zu folgen. Mögen die Loa dich herführen. Wir werden unser Bestes geben. Wir werden unser Bestes geben. Halt, hier ist doch irgendwas. Was ist das? Da. Halt. F-Files? Nee, nee. Nee, das kann ich gar nicht. F-Files? Nee, das kann ich gar nicht. Zweiten Hinweis finden. Ich habe keine Lust mit dem Krokodil Bekanntschaft zu machen. Was ist das? Was? Okay. Ich habe das ganz dumme Gefühl, dass das böse enden wird. Oder auch nicht. Ja. Ja. Hier gibt es einen Aussichtspunkt, den man so aber nicht erreichen kann. Ja. Ich bin noch ein bisschen schneller. Bitte. Mal im Adler Auge. Was ist hier langgegangen? Dann da lang. Ich könnte wäntgen, der ist... Da ist er doch. Ach, da muss ich gedrückt halten, alles klar. Okay und nun? kann ich nicht so wie Prozent weil es ist es mit ihr bleibt so einfach Ach, geht nicht. Schade. Guten Tag, der Herr. Agathe, du schreibst von einem Feind? Ja. Tief im Bayou will ein gefährlicher Betrüger Wurzeln schlagen. Er nennt sich selbst François Macondal. Er war mein Mentor. Der Anführer, der Priester und Bruder, dessen Kampf ich mein Leben widmete. Er fand den Tod durch das Feuer. Ich konnte es nicht verhindern. Wer der Blender ist und mit wem er im Bunde steht, das musst du herausfinden. Doch erst Vorbereitung. François Macondal war ein Fachmann für Gifte. Dieses Blasroll gehörte ihm. Eine feine Waffe. Ein einziger Pfeil, selbst aus großer Distanz, fällt einem Mann. Nutze dies zu deinem Vorteil, falls du dich heimlich annäherst. Noch gut, die Mission in weniger als zwei Minuten wenden. Erdrücken. Ach, guck mal, ich habe sogar Machete. Okay, versteckte Klinge. Die müssen wir, glaube ich, ausrüsten. Kuh? Hä? Okay. Ich bin noch ziemlich stark in der Steuerung von Assassin's Creed 4 Black Flag. Was mir leider Nachteil verschafft. Hier ist alles so ein voller Gestrüpp, ich kann kommen aussehen. Wir müssen auf jeden Fall da hoch. Nein, ich glaube, wir müssen hier... Wie zum Geil komme ich denn da hoch? Da? Nope. Äh... Na ja, schön und gut, aber wie komme ich da auf? Wie sauer wird die Vision innerhalb von zwei Minuten schaffen, das frage ich mich. Weil man den Weg noch nicht mehr kennt. Achso, das ist, äh, okay. Das ist Feuer. Ja, ich schön. Ich schätze mal, ich weiß es. Von ganz oben, dann da runterspringen. Glaube ich zumindest. Äh, ich glaube, das ist ein bisschen zu weit, das wird die nicht schaffen. Äh... Ach, hier ist so ein Leiter. Weil jetzt bin ich ganz oben. Ich glaube, aber nicht, dass sie die Hinsprung schafft. Toll, was hat uns das jetzt gebracht? Ach! Irgendwie muss es doch was damit zu tun, Amarie. Kommt man nicht hoch. Den Baum in der Nähe erklimmen. Tja, keine Ahnung, wie ich da hochkomme. Da fehlen aber auch keine Wege hin. Es sei denn, ich komme irgendwie auf die Äste hier drauf. Und von dem Ast da oben, dann hier hin. Aber da komme ich nicht hoch. Nö. Da auch nicht. Äh, ja. Äh, ja. Es ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Und jetzt? Ach so, den da abzuhlten. Okay, und jetzt? Das war jetzt aber mies, ey. Äh, ja. Nur weil ich den, äh, Interagierungspunkt nicht gefunden habe. Toll, jetzt muss ich wieder hier hoch. Ja, wie gesagt, ist schon etwas her, bevor ich das Spiel hier gespielt habe. Hier komme ich nicht hoch. Von daher weiß ich auch vieles nicht mehr. Nein, ich möchte jetzt einfach vorher den, äh, Aussichtspunkt synchronisieren. Über den Ton. Also noch weiter höher. Hier? Nein. Ich glaube, ich muss hier ganz nach oben. Okay, hier geht's weiter hoch. Und noch höher. Was zum... Geil ist denn das hier? Ah, hier ist bestimmt der Aussichtspunkt. Ja. Eins von sechs? Ach so, hier in diesem Gebiet. Okay, jetzt können wir unsere nächste Mission abholen. So, da bin ich. Der falsche Makondal sammelt Anhänger. Sie versuchen, die Schmuggel-Operationen im Bayou zu übernehmen. Wer weiß, was sie damit finanzieren wollen. Es gibt eine Schmugglerin. Eine Frau namens Elise Lafleur. Sie kennt jedes Loch und jede Windung der Sümpfe. Vielleicht kannst du sie überreden, dir zu helfen. Ich kann sie bestimmt motivieren. Gut. Sobald du Makondal findest, benutze die Pfeile aus der Distanz. Doch bedenke, um die Mission zu beenden, musst du direktere Mittel einsetzen. Wenn das alles ist... Nein, du sollst... Du sollst nicht da drauf, du sollst... Da drauf, genau. Okay, ich komme wieder. Mal gucken, was sind jetzt so alles erwartet. An der freien, wilden Natur. Oh, da haben wir ja schon den ersten Weg, da. Ich kann ja gleich mal das Schwert ausprobieren. Nett. 21. Wohnt sich ja mal gar nicht. Ich glaube, wir sind gleich am Ziel. Ah ja. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Ihr gebt den Fluss auf. Oder wir nehmen ihn uns. Oder ihr leidet, bevor ihr sterbt. Drei Möglichkeiten also. Ihr wollt mir drohen? Ihr Brackwasserparasiten habt ihr nicht mehr zu melden als die Mistkäfer. Ihr hört besser auf die Lady. Wir sind in der Überzahl. Sieh dich um, alter Mann. Deine Lakaien fliehen beim ersten Anzeichen von Ärger. Ei, aber diese Lady allein könnte es mit einer Armee aufnehmen. Und der Sumpf ist auch nicht euer Freund. Kann es sein, dass das gerade zwei Synchronstimmen auf einmal waren? Nichts bevor ich dich zuerst töte. Achso, ich darf nicht entdeckt werden. Ist ja in Ordnung. Sieht ja richtig geil aus. Getötete Ziele einwandelt. Ne, ich muss Pfeilen töten. Scheiße, wie soll ich denn das schaffen in nahe von drei Minuten? Das sind so viele. Würdest du dich mal bitte freundlicherweise töten? Geht doch. So, den Nixen scheint mal da hinten aus. Kann man mich sehen? Ich weiß es nicht. Ach, scheiße. Okay, so geht es natürlich auch nicht. Oh Gott. Okay.